Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Rick & Morty Virtual Reality. Freunde, herzlich Willkommen bei Rick & Morty Virtual Reality. Und ja, wie ihr seht, bin ich anscheinend Morty. Ich bin Morty, zieht's euch rein, guckt da, Bier, Kotze, alles da. So wie in echt. Schau mal, ist das ein Pipi-Fleck da vorne? Hat da einer Pipi gemacht? Ich hoffe nicht. Da ist Kotze, Mann ist es hier widerlich. Was gibt's denn hier Feines? Oh, guck mal, DVDs, Blu-Rays von mir selbst, Volume 3. Haben alle da, guck mal, Volume 1 ist da. Die ganze Sammlung, ist das Volume 2? Cool, können wir das irgendwie gucken. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir Optionen. Giant Morty Mode, Spectator Cam. Was ist das? Spectator Cam, broadcast your dump clone. Aha, double-click the side-grip buttons. Okay, was hat das zu bedeuten? Was war das? Schaut mal, da bin ich. Kann ich das irgendwie so... Hi, wow, ich hab voll den großen Kopf. Ich bin Morty, aber ich hab keinen Körper. Oh, yeah. Okay, ich glaub, wir machen das aus. Ähm... Geh wieder zu. Gehst du bitte wieder zu. Ist es aus? Ja. So, okay. Giant Morty, lassen wir mal. Freunde, ich würd sagen, bevor wir uns hier zu lange aufhalten, schätze ich mal einfach, dass das Ding jetzt hier rein muss. To Rick's Laundry, press play. Keil. Hey y'all, this is Fastfood Fred. And I'm talking today about VR, pressing the menu button. You know... Fastfood... Ich hab bestellt. Ich hab direkt bestellt. Hey y'all, Fastfood Fred again with a tasty chunk. Thank you for pushing that menu button right there. Have fun out on your adventures and don't forget... Danke. You can always be here with a tasty chunk when you need it. I'm Fastfood Fred. Fastfood Fred. Vielen Dank, Alter. Cool, danke, dass du da bist. Oh, Leute, Rick and Morty, Alter, ich freu mich voll. Es ist so cool. Und ich bin Morty. Und, naja, gut, jetzt gerade bin ich nicht Morty. Hier seht ihr meinen Spielbruch. Ihr wolltet doch alle mal eine Roomtour. Also, hier ist das pinke Vierecke auf dem Boden, von dem ich immer erzählt hab. Hahaha. Okay, ähm... Der Ton ist jetzt mittlerweile auch ausgegangen. Oft ist es ein gutes Zeichen, aber manchmal ist es auch echt ein schlechtes Zeichen. Äh... Hallo? Hallo? Okay, wir hören Geräusche. Ich höre Geräusche. Naja, also das zu meinem Raum. Ansonsten hab ich hier diese zwei Dinger. Mit denen kann man Sachen machen. Aha, der... Wow! Du bist der Clon! Ich hab's in der Garage, um es zu tun, Morty. Morty Clone, pay attention to me. Ich brauche, dass du diese Länschen und es in der Washing-Maschine nehmen kannst. Und wenn das zu viel verwendet ist, die Instruktionen für dich, da ist ein dry-erase-Bord, die ich hier in der Garage put habe. Die dry-erase-Bord-Area. Du siehst, dass ich Instruktionen auf das, was du solltest machen kannst. Okay. Was ist das? Ich kann nicht glauben, wir... Wir... Wir faked, du hast... Seife! Kann ich das aufmachen? Hm. Ah, jetzt aufmachen. Wow, Rick, he's a regular old Morty-Clone. Ja, okay. Okay. Kann ich da... Kann ich da reinfassen? Ja, du weißt, was du tun musst, ist, die Klappen in die Washing-Maschine und dann sie aufmachen. Du weißt, äh... Es braucht Rocket-Science, um das herauszufinden. Es ist sogar auf dem dry-erase-Bord, die ich gemacht habe. Ich bin aber ein Klon. Hier, bitteschön. Masturbiertücher für alle. Ja! Ich bin ein Morty-Klon. Du bist der Klon. Du bist der Klon. Du bist der Klon. Dieser Morty-Klon... really doesn't know what the hell it's doing, you know? It's just kinda... just bumbling, bumbling about. Like... Kann ich mich... Okay. Der Wash-O-Matic. Was ist das zum Waschen? Und das hier ist der Trockner, oder was? Stopp! Stopp! Aus! Ist es jetzt aus? Hier ist irgendwas ausgelaufen. Hm. Okay, pass auf. Okay, wir machen das mal, ja? Sollte ja nicht so schwer sein. Hier machen wir mal die Wäsche rein. Ich kenne mich jetzt mit amerikanischen Wäschetrommeln nicht so aus. Dann hier, guck mal, das ist doch hier... Sind das so Weichspülertücher, oder was? Kommt da eins oder zwei? Wie viele kommen da mit rein? Steht da was? Nee, steht da nicht. Okay. Wo ist denn das Getränk, was ich gerade noch hatte hier? Da, guck mal hier. Machen wir davon noch was rein? Ich weiß jetzt aber nicht, wie viel. Aber es sollte eigentlich gehen. So. Ähm, Heavy Duty, Rinse. Keine Ahnung. Volle Kanne, oder? Warm. Ah, okay, gut. So, now that this Morty-Clunk finish the laundry, I don't need it anymore. I mean, it's just a useless pile of floating head and hands. So, just go ahead and shoot. Okay. Looks like your dad walking to Purgatory and the devil's not available. Huh? Hey, uh, over here, Morty-Clone. Listen, uh, had to bring you back for some really important stuff that I can't get into right now because me and Morty have to go. The, 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 stuff's gotten out of hand. Yeah, you know, we've got to hurry, Rick. Come on. All right, listen, I made a teleport system for you. All you have to do is, you know, look in the direction you want to go in the room and then click the trackpad button under your thumb. Just push the button down and you can teleport to any part of the room. Okay. Dose auf. Huh. You'll be able to call me using the watch. This is very important. All right, Morty-Clone. Was? Was hat er gesagt? Hey, Leute, lass mich doch mitkommen. Oh, Mann. Ach ja, okay. Spielen wir jetzt hier so ein bisschen. Blup. Oh, der hat aber auch... Der hat doch immer was rumstehen, ne? Guck mal, was ist das denn hier? Nee, Moment, das sieht ja aus. Kann ich... Ey! Hab ich jetzt aus... Was hab ich denn jetzt geklont? Zwei Dosen zu einer Flasche, oder was? Kann ich... Oh, oh. Kann ich das jetzt auch mit hier drauf tun, zum Beispiel? Hm. Wenn ich das weg tu, dann passiert nichts. Also er braucht... Oh, da ist sogar was drin. Oh. Hm. Was ist das für ein Zeug? Keine Ahnung. Hammer. Was? Was ist... Was ist das? Oh, oh. Get watch on shelf. Okay, nee, will ich aber... Will ich aber nicht. Ich wollte noch mal hier... Oh, guck mal, so ein Diamant, der immer nachwächst. Wie cool ist das denn? Woher soll ich jetzt sowas bekommen? Kann ich da irgendwas... Okay, ey, Leute, das ist so cool. Tut mir leid, ne? Wenn ich jetzt hier so ein bisschen... rumspiele. Oh, ich kann da einen Hammer aufnehmen. Ey, das ist so cool, dass man hier... Was ist das? Was ist das da? Das guckt mich an, ne? Aua. Das schaut mich an. Kann ich das aufschrauben? Was ist das? Was ist das? Ey, was ist das, Leute? Was ist mit dir? Du willst mich... Willst du mich... Hä? Was ist das, hä? So. Battery inside. Warum geht die Tür nicht auf? Kann ich das irgendwie da reinstecken und... Oder... So vielleicht. Ganz nach unten. Mann. Kann ich doch bestimmt irgendwas... Was ist das denn? Rick Sanchez. Das sind aber dicke Tabletten, hä? Kann ich davon eine nehmen? Oh, Alter. Okay, ich glaube... Das war nicht so super lecker. Was ist das denn? Dopamin. Balls. Trap in Ball. Hm. Oh, was ist das denn? Der Kombinator. Kann ich da... Kann ich da jetzt so drauf gehen? Ne, passiert nichts. Ne, toll. Das ist nur die Anleitung oder was, wie das Teil funktioniert. Okay. Ein Brokkoli. Und eine Kanne ist gleich Metallbrokkoli. Okay. Was ist das denn hier noch? Ist das was zu essen? Wachstumshormone. Ich bin ein bisschen gewachsen. Ey, hier kannst du alles angrapschen. Das ist so geil, Leute. Das ist ja mal mega. So, wir gehen mal hier rüber jetzt. So. Äh. Was ist das? Ist das so eine Batterie? Eine Krone. Die setze ich mir doch gleich mal auf. Hey, cool bist du der Monkey Island Skelett Kopf. Da das Ding. Oh, gut. Du hast die Beine gefunden. Ja. Das ist so dumm, als ich dachte. Okay, use that to call me back once you get the lay of the land. Okay. Oh, was ist das? Der Ball. Ich weiß den. Irgendwie. Ich habe das. We gotta watch out with those use leaks. They won't appear in the same place as you. We can't have your matter intersecting with their matter in the same time in space. Okay. Okay, Portalwand. Was ist das? Lokomotion Junk. Morgenstern. Oh, was ist das hier? Ja. Da habe ich doch gerade schon mal drauf gedrückt. Delivery for Rick. Wo? Was ist das? Delivery for Rick? Was ist denn hier eigentlich auf dem Boden wieder? Habe ich eine Lieferung gekriegt? Und in welcher Sprache ist dieses Absperrband? Hallo, du da draußen. Hat der was gesagt? Der hat doch geflüstert, oder? Oh. Hallo? Hör auf mich nachzumachen. Hör bitte auf mich nachzumachen. Hallo? Ach so, warte mal. Alter. Das ist ja crazy. Okay, ich glaube, ich muss das Ding da hinschmeißen. Und dann muss ich das hier nehmen und muss mir das zuwerfen. zuwerfen. Oh. Alter, wie cool ist das denn? Wow. Oh nein, es ist kaputt gegangen. Oh. Booting up. Hallo. Oh, was ist das denn, Alter? Ihhh. Ihhh, Space Porn, Alter. Mann, Mordi. Was stimmt mit dir nicht? Oh, Mann. Oh, was ist das denn? Alter! Okay. Troubleshooting Guide. Okay, was müssen wir denn hier machen? Alter, der muss sich richtig hinhocken. Wir brauchen hier Ram. Don't forget. He has Ram. Okay. Ram. Used to get fuse. Satellite. Okay, was brauchen wir denn? Wir brauchen das hier. Mal hier so einen alten Crystal. Den können wir ja da oben rausnehmen. Vielleicht ist der schon mal... Oder hier, nehme den. Okay, cool, oder? Aber woher kriege ich die Fuse aus diesem Ding? Und was mache ich mit dem Ram? Vergiss nicht, Erdram. Aber Soll ich's da reinwerfen? Äh, gib mir einen Metallapfel und einen Karottenhammer. Alter! Was ist denn da drin? Danger! Und hier ist es zugefroren, oder was? Okay. Alter! Ey, Leute, das ist ja so geil, dieses Spiel. Das ist ja der Wahnsinn. Ich meine, gut, das kostet 30 Euro. Aber das ist der Hammer. Als wäre ich Morty. So, wir müssen jetzt erstmal hier... Räum mal bitte auf. Weg! So. Was? Hat er jetzt gerade... Das ist nicht wirklich ein Penis, oder? Kannst du das essen? Was ist das für ein Ding? Kann ich dem das da reinschieben? Was ist das für ein Ding? Okay. Legen wir's da hin. Ähm, Metall... Apfel will der haben, ne? Metallapfel? Was ist was? Andersrum, Apfel plus das. Ist es das, was... Okay, das war Metallapfel. Okay, und der Karottenhammer... Wo ist denn mein Hammer? Achter. Ja, was sie sagen, Hammer's don't hurt people. People hurt people. Hahaha. Haha. Gut, danke. Was auch immer er mit einem Karottenhammer will, aber... Bitteschön. Yeah. Arbeitsspeicher, her damit. Kann ich gleich einsetzen. Alles klar. Und jetzt brauchen wir noch das hier. Use satellite to get fuse. Ähm, wir brauchen irgendwie einen Satelliten, oder so? Äh... New Satellite? Keine Ahnung, das Ding hier? Achso. Portal Wall. Wow. Okay. Was ist das? Abmachen. Abmachen. Bin ich im Weltraum? Warum werde ich nicht rausgesaugt? Oh. Huh. Looks like that battery needs a charge. Welcome to Space Clone Morty. Huh? Whoa. Actually, you're just pretty insignificant in general. Guck mal. Der Schatten. Wie geil das ist, Leute. Das ist ja der Hammer. Kann ich hier nichts öffnen? Muss ich die Batterie irgendwie laden, oder was? Wie kann ich die denn laden? Haben wir hier irgendwo Strom? Äh, Time Travel Stuff. Könnt ihr mir irgendwie helfen? Äh, da war irgendwas mit Batterie, oder? Äh. Wow. Alter. Wie krass ist das denn? Wie krass ist das denn? Alter. 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 Alter, hier musst du aber... Wow. Alter. Wow. Leute, ich drehe durch. Leute. Wo denn? Darunter. Oh, ich habe es geschafft. Oh. Nice. Cool. Das Schwengel-Ding da. Jetzt war ich da in der Mini-Stadt. Geil. Ey, das ist ja der Hammer. Okay, Batterie. Portal Wall. Tja, Freunde. Ich gehe jetzt durch dieses Portal hier. Aber um herauszufinden, was hier passiert, Freunde, müsst ihr wohl in der nächsten Episode wieder einschalten. Von Rick and Morty. Virtual Rickality. Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Das ist ja ein super geiles Spiel. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich bin auf jeden Fall hardcore gehypt. Vielleicht mache ich heute eine Doppelfolge, weil ich glaube, ich schaffe es nämlich nicht mehr, Prison Boss aufzunehmen. Schauen wir mal. Alles klar. Ich hoffe, das Beste für uns alle. Wir werden uns in der nächsten Episode sehen und dann stecken wir das da rein und dann schauen wir, wie es mit uns weitergeht. Bis dann. Reingehauen.